Hallo, ich bin's wieder, George vom George Music Shop mit einem Ukulelenstrap hier. Dieser Ukulelenstrap, der wird hier unten eingeheilt. Ich hake ihn mal wieder aus. So ist er wieder ausgeheilt. So ist er wieder mit. Man kann es hier auch rausklappen. Sieht denn so aus. Rausgeklappt. Auch hier. Und wieder rein. Das ist so ein Verschluss hier. Und wieder rein. Und auch wieder rein. So. Ein bisschen muss man natürlich darauf achten, dass man den Arm hier hält, damit sie nicht runterfällt. So. Das geht natürlich auch für die klassische Gitarre. Eine klassische Gitarre. Nylonseitengitarre, wie man so schön sagt. So. Dann kommt der Kürze hier rein. Und sie hängt auch noch relativ hoch, kann man sagen. Aber. Und ich würde vor allem nicht loslassen. Dann fällt sie auf die Avenue. Wollen wir ja nicht. So. Ist das jetzt allerdings hier die maximale Länge. Kommt auch hier. Und hier ist ein kleines bisschen hoch. So. Den Preis, den seht ihr dann dort unten. Läufer. Der Kürze Jack. Der Kürze. Der Kürze. Der Kürze. Der Kürze. Vielen Dank.